Ihr moin moin und hallo liebe Freunde! Wir sind wieder zurück mit einem LOL Gameplay Würde ich sagen Und wir, damit meine ich mich und Katharina Sag doch mal was Ja, hallo Sieht ganz wunderhübsch aus heute Haare frisch und färblich, wundervoll Ich bin der Earthquench Mit ganz geputzten Zähnen Und einem wunderschönen Lätzchen Und einer wunderschönen Zunge Und wir schlägen jetzt ein paar Gegner Würde ich sagen Abgeschlägt Du hast ja frülle Wamper hat, Junge Guck mal, was ist deine Wamper an Oh, du bist direkt von Fire Oh, lol, Alter Da ist ja wirklich gar kein Cooler und Raub Oh, Gott, nein Das wird voll scheiße Greif an Hau ihn weg Oh Komm her, du bist auch noch geschlägt Oh, die Dodges, Alter Die ist ja richtig Pro, die Alter Ich hab ne Zunge, Baby Komm mal her Ich kann ihn ein bisschen läggen Komm mal ran hier Oh, nein Guck mal, wo gehst du denn hin? Ja, zurück Weggeschlutscht Musst mir nochmal wieder einen Halt rankholen Ey, der hat echt fucking krass lange Zunge, der Typ, ne? Oh, fuck Ne, ist nicht, ist nicht, Brand Ist nicht Oh, Alter Ich hatte Todesleck gerade Was zur Hölle Danke, Windows 10 Komm hinter den Reihen Mach dich ready zum Fighten Let's go Hab ihn Hau ihn weg Jawohl Hey Dein blöden Wirbelwind Ja, komm her Ich glaube, dass das nicht bin, das nennt man low Bisschen low, ja Das ist richtig Oh, was ist mit ihr los? Sie ghostet einfach Was ist mit ihr? Hau ab Nein, Hilfe Hilfe, sie ghostet mich Nein Ich will aber nicht Nein Ah Oh, lol, Alter Dir geht der Hemm des Todes Ja, lauf, Junge, lauf Ah Oh, nein, da kommt der unsichtbare Geister, Dude Lauf weg Nein Lauf weg Nein Hau ihn, hau ihn Nein Oh, lol, was? Was ist weg, Alter? Oh, das ist so gemein mit seinem Scheiß Durch die Wand geworben da Da kommt der unsichtbare Geister, Typ Ja, oder was, wie heißt der? Cain Captain Cain Ding an Nope Fuck off Nein Oh nein, Paul, du schaffst das Überlebe Ah, ich weiß nicht, was hier passiert Ja, gut Fuck, Alter, was geht denn ab, bitte Komm du mal mit, mein Freund Komm mal mit Ja, das findest du gar nicht so geil, ne? Würde mir auch stinken, wenn ich du wär Absolut bewogen, ich muss meine Rolle Der Blitzcrack hat... Nope Oh, lol Ja, viel Spaß mit der Ulti Nein Ich kann nix tun, es tut mir leid Ich hab mich entschieden, den Blitzcrack zu retten Da musstest du leider herhalten Ach, scheiße, ich bin so ein Kacke Hau ab, ihr! Und auf mich anzufassen Baul Nein, bitte halten Jawohl So, ich hab jetzt ab Aber was ist denn jetzt los? Oh, schönes Sonja, ist mein Digga Oh, ich weg hier So, und jetzt sehen wir Oh Ja, lauf! Lauf weg! Ja, was machst du jetzt, hä? Oh, oh, oh Alles gut Er muss mich nehmen Nein, Jukka, wieso liest du denn wieder rein? Ah, shit, ich hätt noch eh'n können Ja, fast hättest du geklappt Flash extra, fast ich und du Was machst du? Du gehst wieder rein Ja Das ist was steht so in meinem Arbeitsvertrag, Paul Ich hätte kürzlich, wenn ich damit immer mache Guck mal, er denkt so, er kann mich fighten, ja, der Dude Guck mal Ich kann mich beide nicht fighten, Junge Beide auseinander, Junge Und beide mit groß Blick einfach auf mich drauf Go, go, go Geil So, machen wir das Oh, hell no Oh, oh, hallo Hä? Was? Ich weiß nicht, der stand da Was war denn das, ey? Der kam mir entgegen Oder war Ich musste nur noch anpusten Und da dachte ich mir, schläng ich den mal Und dann ist er weg What? What? Das ist meins Das ist meins Äh, hier kannst du ein paar Bären haben Guck mal, ward klar da irgendwie Der Cain, Alter Das ist eine übelste Witzfigur Bumm Guck mal, wie der schlägt seine Zunge hier Ja, würdest du mich auch wieder rauslassen? Ja, okay Äh, du hast Bock, oder was? Und du finischt ja schon Ach, Mann, oh Haha, easy, easy Alter, Tom ist aber auch Freulich des Todes Vor allem auch Vladimir Den kriegst du ja gar nicht tot Hör doch mal deine Schnauze, wenn ich rede Ja, klar, wie der ganze Zeit Cheg super Wie oder ै